Wir erinnern uns, die Erde übt eine Anziehungskraft auf alle Gegenstände aus, die sie umgeben. Diese Kraft heißt Gewichtskraft und ist zum Zentrum der Erde gerichtet. Also die Gewichtskraft Vektor Groß G oder auch das Gewicht Vektor Groß G eines Objektes ist die Anziehungskraft, die die Erde auf dieses Objekt ausübt. Wir erinnern uns ebenfalls, Groß G ist gleich zu klein m mal diesen Gewichtsfaktor klein g. Mittlerweile kennen wir aber das Grundgesetz der Dynamik und aus diesen zwei Formeln können wir schließen, dass beim freien Fall diese Formel gilt, die Gewichtskraft Groß G ist gleich zu m mal diesen Beschleunigungsvektor klein g. Also im Fall des freien Falles ist diese Beschleunigung nichts anders als die Fallbeschleunigung und von daher wissen wir, dass der numerische Wert von diesem Vektor 9,81 m pro Quadratsekunde beträgt. Dies ist die Fallbeschleunigung, die ortsabhängig ist. Dies ist die Fallbeschleunigung, die wir hier bei diesem Vektor Havens medication machen können. Dies ist die Fallbeschleunigung, die wir bei Rundgeistlinien und Ausnah AS und k Bonniekeunigung. Dies beauf, dass wir hier bei Rundgeistlinien und in der Fallschleunigungслиm,